Landeswelle. Thüringens Rock und Popradio. So, Zimmergröße sind ungefähr 15 Quadratmeter. 100 Euro soll ich etwa zahlen und zwar für das Zimmer von Stefanie. Und die steht jetzt neben mir. Hallo Stefanie. Hallo. 100 Euro, kriege ich dafür auch ein Frühstück? Auf jeden Fall. Also wir müssen zwar noch jemanden von den Mitbewohnern finden, die das dann zubereiten, aber das gibt's auf jeden Fall. Ihr schafft das. Wir haben die Wasserpfeifen gerade aus dem Studio, wollte ich sagen, aus dem Zimmer rausgestellt. Wir haben aber ein anderes Problem entdeckt und das hält Christopher gerade in der Hand. Wo war dieses Bild genau? Das hat sich auf dem Schrank befunden. Ich hab's entdeckt, bevor es andere entdecken. Das ist jetzt für einen streng läumigen Menschen vielleicht ein Problem. Und deswegen legen wir kurz den Zettel mit den Infos zur WG auf den Boden und holen aus Benders Hosentasche das neue Plakat. Kim, roll es bitte aus und sag, was drauf ist. Der Papst. Das ist doch viel schöner, oder? Oh ja. Okay, dann könnt ihr das ja mal gerade installieren, das Papst-Poster auf dem Oberkörper von Christopher. Und dann kommt der Rahmen dahin, wo er auch vorher war. Und Steffi und ich gucken uns mal in der Zeit das Bett an. Für eine oder für zwei Personen? Für zwei Personen ist das gedacht. Und damit's da keine ungewollte Schwangerschaft gibt, machen wir was Verbotenes. Ich weiß, der Papst mag keine Kondome, deswegen hab ich sie mitgebracht. Bitteschön, Stefanie. Die werde ich ja noch auf dem Kopfkissen verteilen und hoffe, dass hier nicht so viel Lärm gemacht wird. Genau, die sollen schön ruhig sein. Viel Spaß mit euren Besuchern. Danke dir. Danke, das Bälle. Thüringens Rock und Popradio.